Glückwunsch, der Niederzehnte gewinnt einen 10-Euro-Coupon für den nächsten Einkauf. 10 Euro? Wie geil ist das denn? Danke! Gehen Sie mal ruhig vor, ja, ja. Sie auch, Sie haben ja nicht viel, ne? Ja, gehen Sie auch noch mal vor, ja, ja. Entschuldigung. Sorry, ich muss meinen Bus bekommen. Hi. Hi. Glückwunsch, Sie haben den 10-Euro-Coupon gewonnen. Was? Oh mein Gott, das ist ja total geil.